Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 41.500 US-Dollar, kaum bewegt seit gestern. Wir müssen trotzdem aufpassen. Wir haben zwar jetzt diesen Wiki unten, wie wir gestern im Video besprochen haben, jetzt erst einmal gefüllt. Trotzdem besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir sogar eine 30% Korrektur sehen werden. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wie ich jetzt weiterhin meine Position plane, werde ich weiterhin täglich BTC kaufen oder werde ich ein kleines bisschen was an meiner Strategie ändern. Außerdem, wie sieht es aus mit einem potenziellen Short und weiterem Long-Trade. Auch das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Einfach reinjoinen und dann kriegt ihr immer das Wichtigste auf jeden Fall mit, wenn ich irgendwas verkaufe oder wenn wir irgendwelche weiteren Trades auf jeden Fall eingehen. So, und natürlich weiterhin 10% Rabatt auf die Gebühren bei BingX, wenn ihr euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung auch noch anmeldet. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan, wie gesagt, bei 41.500 US-Dollar. Und wir haben zumindest ein Ziel, was wir gestern im Video angesprochen haben, erreicht. Wir haben diesen Wig hier unten gefüllt, haben einen kleineren Wig hinterlassen, der dann auf knapp 40.200 US-Dollar runtergegangen ist. Das war schon mal der erste Step, den wir gemacht haben im 1-Stunden-Timeframe. Und wenn wir uns das mal angucken, sehen wir aber auch, es ist sehr, 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 sehr viel Volumen gestern hier noch in diesen Preisbereich reingekommen. Also umso langsamer wir hier gefallen sind, desto mehr ist das Volumen hier angestiegen. Also wir sehen, da finden schon eine Menge Liquidationen statt. Es wird aber auch wieder auf Biegen und Brechen versucht, den Kurs wieder nach oben hin zu drücken. Jetzt haben wir hier erstmal kurzfristig zumindest diesen kleinen doppelten Boden hier gebildet, scheitern aber auch hier bereits wieder an einem höheren Hoch. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich weiterhin eher davon ausgehe, dass wir zumindest mal diesen Preisbereich hier oben, wo wir gestern schon mal angesprochen haben, zwischen 42.600 US-Dollar und knapp 43.200 US-Dollar noch einmal antesten könnten. Auch wenn wir derzeit ein bisschen Schwierigkeiten haben, hier zumindest mal diesen kleinen Trend nach unten hin, nach oben hin dann zu brechen. Das sind so momentan die Szenarien, die ich jetzt erstmal kurzfristig sehe, dass weiterhin die Möglichkeit eben bestünde. Wir gehen hier hoch und dann hier oben eben eine kleine Short-Position aufbauen, die uns dann den Weg nach unten weiterhin ebnet. Ich bin kein Fan von Elliott Wellen, ich habe auch keinen Plan von Elliott Wellen. Normalerweise, meiner Meinung nach trotzdem, passt es ziemlich gut mit Traders Rally, dass wir immer wieder diese drei Abverkaufszonen haben. Das heißt, den ersten hatten wir, den zweiten und möglicherweise dann jetzt den finalen dritten. Die Frage ist nur, wie tief geht dieser Abverkauf? Wir haben gestern schon mal darüber gesprochen und dafür gehen wir mal ganz kurz in den Daily-Time-Frame, dass vor allem der Preisbereich zwischen, ich sage jetzt einfach mal 37.500 bis 40.000 US-Dollar ein großes Buy-Cluster ist. Warum? Hier hat das Volumen deutlich nachgelassen. Das ist auch der Grund, warum gestern so viele Liquidationen stattgefunden haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es 300 Millionen oder eine Milliarde waren. Ist auch völlig egal. Es gab genug Liquidationen. Und man sieht es auch hier an diesem sehr, sehr hohen Volumen-Spike. Es wurden hier einfach sehr, sehr viele Hedge- bzw. Hebelpositionen aus dem Markt gespült, weil Spot oder auch generell das Volumen ist deutlich, deutlich abgeklungen, seit wir hier diesen letzten Impuls ab 38.000 US-Dollar bekommen haben. Das heißt, diese Zone hier ab 38.000 US-Dollar bildet erstmal so eine Base, die uns einen fetten, fetten Support geben könnte und von hier aus dann noch einmal eben diesen Anlauf geben könnte in Richtung 45.000 bis 48.000 US-Dollar. Das wäre Szenario 1 und wäre auch das schnellste Szenario mit Hinblick. Wir haben nächste Woche Weihnachten, also nächste Woche Sonntag dann. Die Märkte haben geschlossen, es wird ein bisschen ruhiger und dann sollte der Spot-ETF kommen. Zweites Szenario und deutlich, deutlich bearisheres. Und da gehen wir nochmal ganz kurz auf eben die News an, die heute dann im Laufe des Tages eben auch noch kommen. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, es kommen die VPI-Daten und morgen dann eben noch der Zinsentscheid der FED. Sollten die uns hier irgendwas reinjagen, die Zahlen komplett geisteskrank beschissen werden, sind auch nochmal Kurse, ich sage es mal zwischen 33.500 bis 32.900 US-Dollar drin. Warum genau diese Zone? Und zwar hat das mit dem FIP-Level zu tun. Das heißt, wo unser Pump begonnen hat hier in diesem Preisbereich plus unsere lange, lange Konsolidierungsphase, die sich hier vom 24. Oktober bis 1. Dezember, also über knapp, ich sage, machen wir mal einen Monat, roundabout im Monat, gezogen hat. Dieses Golden Pocket wäre momentan mein bearishes Preisziel von, ich sage es mal, wie gesagt, zwischen 31.500 und 33.000 US-Dollar. Und von hier aus sollten wir dann einen sehr, sehr starken Impuls kriegen in Richtung neues All-Time-High. Das würde natürlich komplett Max Payne nochmal bedeuten. Es würde die Altcoins, die meiner Meinung nach schon wieder viel, viel zu schnell recovern, komplett nochmal zerstören. Und deswegen halte ich sogar das zweite Szenario derzeit ein bisschen für deutlich, deutlich wahrscheiniger. Wie gehe ich momentan vor? Ich habe gestern noch weiter BTC gekauft. Ich werde das jetzt erst einmal stoppen, bis wir einerseits hier in diesem Preisbereich 39.700 bis 37.700 kommen. Also das heißt ab 40k bis 37k werde ich nochmal nachkaufen. Und dann werde ich sehr, sehr wahrscheinlich erst die nächsten Bags hier unten inzwischen, ich sage es mal, 33 und 35k kaufen. Deswegen momentan, jetzt werde ich erst mal ein bisschen abwarten, werde wieder ein bisschen USDT horten. Bevor ich dann weiter wieder täglich akkumulieren werde, sollten wir in diesem Preisbereich hier unten hinkommen. Wie sieht es weiter aus mit unserer Long-Position? Derzeit hoffe ich, wie gesagt, was wir ja gestern schon mal angesprochen haben, dass wir eben hier jetzt oben nochmal in den Bereich von 43.200 US-Dollar kommen, nochmal ein bisschen Bullishness in den Markt bekommen. Natürlich die Altcoins nochmal ein bisschen vorantreiben. Die Leute wieder in Long-Positionen reinkriegen, die jetzt auch hier schon wieder in diesen zwei Wigs deutlich stärker akkumuliert haben. Man sieht es an den Funding-Fees, die immer noch sehr, sehr hoch sind. Und von hier aus dann eben diese Short-Position. Und wenn wir dann hier oben diese Short-Position haben, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben die Short-Position offen, können hier unten in diesem Preisbereich den ersten Take-Profit nehmen, können dann aber auch weiterhin hier unten eine kleine Long-Position aufbauen. Als Hedge mit der halben Positionsgröße. Das heißt, die Short überwiegt immer noch die Long. Und sollten wir dann hier unter diesem Bereich fallen, haben wir immer noch die Short, die dann diesen ganzen Abverkauf abfedert und hier unten uns dann eine neue Zielzone gibt, wo wir dann einen langfristigen Long zwischen, ich sage es mal, 32.000 und 34.000 US-Dollar aufbauen können. Das ist momentan der Plan. Es wäre, wie gesagt, jetzt nichts Ultra-Barrishes, sollten wir in Richtung 32.000 US-Dollar fallen. Wir schauen uns das mal an. Es wäre ein Dump zwischen 24 und knapp 27 Prozent. In einem Bullrun. Absolut normal. Wir sind es nur einfach nicht mehr gewohnt. Auch der Dump gestern, 10 Prozent. Ja, was sind 10 Prozent? In einem Bullrun ist es einfach nichts. Und daran müssen wir uns einfach wieder gewöhnen. Die Möglichkeit bestünde. Das heißt für uns kurzfristig, wie gesagt, Short-Möglichkeit ab, ich sage es mal, 42.6 bis 43.2, genauso wie wir es gestern angesprochen haben. Long-Möglichkeiten müssen wir dann in diesem Preisbereich je nach Zahlen, Daten, Fakten, Zahlen, Daten, Faktenbasis dann im Laufe des Tages beziehungsweise in den nächsten Tagen uns dann mal ein bisschen anschauen. Ethereum, auch hier keine Änderungen im Gegensatz zu gestern. Gleiche Chartstruktur wie bei Bitcoin. Also hier brauchen wir uns auch ehrlich gesagt nicht weiterhin mit aufhalten. Wichtig sind, wie gesagt, die Zahlen heute um 14.30 Uhr. Die könnten nochmal für ein bisschen Volatilität sorgen, die VPI-Daten. Und dann morgen der FED-Zinsentscheid. Ansonsten bleibt mir von meiner Seite jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen. Die Stock-Märkte weiterhin am Pumpen. Auch hier hat sich nichts geändert. Vielleicht kommen wir dann heute endlich mal zu unserem Short, der endlich mal hier ein bisschen durchballert. Also auch hier weiterhin in den Shorts drin. Sollte das ganze Spiel heute doch wieder elendig bullisch ausfallen, dann werde ich wahrscheinlich auch die Short-Position im Minus schließen. Aber das, wie gesagt, werde ich euch dann auf jeden Fall noch in der Telegram-Gruppe announcen. Ansonsten gibt es derzeit wenig zu sagen. Gold weiterhin in einem kleineren Abwärtsstrudel. Hat jetzt hier am 05.01. mal ein bisschen gedreht. Hier warte ich noch ein bisschen mit der Verdopplung. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns heute wahrscheinlich nicht mehr. Heute Abend kommt dann noch die Podcast-Folge auf YouTube online. Hört euch die gerne an. Wichtiges, wichtiges Thema, vor allem in der jetzigen Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Steak.